Ja, das ist unser Water Grinder, nennen wir das. Grinden kommt aus dem Segelsport. Da geht es darum, um die Segel von einem z.B. Americas Cupboot möglichst schnell hoch zu hissen. Das ist ein sehr, sehr intensiver Oberkörpersport hauptsächlich. Und ich würde sagen, versuchen Sie doch einfach mal. Kurben Sie rückwärts in dem Fall. Rückwärts? Rückwärts, genau. Nein, das ist vorwärts. Ja, genau. Und wie ist das angelegt jetzt auf Ausdauer oder auf Kraft? Das ist beides, Ausdauer und Kraft. Man kann das also, wenn man das langsam macht, sehr lange machen. Wenn Sie vorwärts machen würden, dann würden Sie jetzt den Sitz nehmen und würden den auf die andere Seite einhängen. Dann können Sie vorwärts kurbeln. Da kann man auf jeden Fall ins Schwitzen kommen. Da kann man sicher ins Schwitzen kommen. Man kann z.B. auch den Hebel, wenn Sie mal aufhören, ganz einfach verstellen. So. Ah, dann wird es noch intensiver. Ja, dann wird es ein bisschen intensiver. Genau, so. Ja, man kommt sehr schnell in Übersäuerten, wenn man das sehr intensiv macht. Aber das ist ja genau, was die Segler machen müssen. Die müssen ja innerhalb kürzester Zeit diese Segel hochhissen. Und das sind unglaubliche Kraftakte. Und das kann man hier viel drauf trainieren. Kann ich absolut nachvollziehen. Stärkt sehr, sehr schön die ganze Schulterpartie, Arme und vor allem den Rückenbereich. Sehr schön. Was ist denn das für eine Tasche hier? Ja, das sind Fitnesstaschen. Wir nennen sie Swing-Handeln. Die werden gemacht aus echtem Kuhleder. Mit einer handgestochenen Naht werden die verbunden. Und die werden dann mit Eisengranulat werden die gefüllt. Was hat sowas jetzt? Kilo? Die hat jetzt an der Seite, kann man das sehen, die hat vier Kilo. Die hat sechs Kilo. Und wir machen maximal acht Kilo. Bis maximal acht. Ja. Und mit dieser Handel werden Schwungbewegungen durchgeführt. Ja. Okay. Durch die Schwingung und durch die Beschleunigung, Gravitation vervielfacht sich das Gewicht dieser Handel und ist ein hervorragendes Training für die Faszien, also für das Bindegewebe. Und auch hier wieder, wie es zu uns gehört, versuchen wir das vom Design her sehr schön zu machen, dass man sich das auch mal ins Wohnzimmer stellen kann, ohne dass man sich dafür schämen muss. Ja. Was für eine Zielgruppe sprechen Sie an? Unsere Zielgruppe ist jeder, der gerne Sport treiben möchte. Aber wir aus Erfahrung tun unsere Leute kaufen, die etwas kaufkräftiger sind, die viel Wert auf schöne Sachen legen, die ihr Wohnzimmer nicht versauen möchten mit einem hässlichen Sportgerät. Das sind die Leute. Und die Leute, die Holz gerne mögen, die sprechen uns an. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf der Besse. Ich danke vielmals. Ja. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.